Gut zu wissen, dass ich selber nicht auftrete heute, um das nicht wieder bieten zu müssen. Jetzt bin ich die beiden, wie heißt sie überhaupt nochmal? Maja und? Schorna. Bin ich jetzt auf die Bühne. Was mir schon aufgefallen ist, dass je mehr Leute auftreten, desto länger braucht es für die Vorbereitung, desto länger kann ich hier reden, das finde ich gar nicht so schlecht. Sollte nur noch größere Gruppen auftreten hier. Wenn wir diese Performance hier erlebt haben, wird danach jemand auftreten, der sich bei mir als Katzenklo, ich glaube der wird auch noch supported. Hier, Katzenklo und Snooki. Bitte, Volker und Jens, zu viert. Das ist doch ne riesengroße Granade hier für mich. Okay, macht euch fertig. Wir sind fertig. Und dann geht's. Und ihr beide seid auch bereit? Dann bitte ich noch um einen Applaus. Also wir spielen jetzt zwei kurze Lieder. Also ich spiele jetzt, der Mut ist aufgegangen. Der Mut ist aufgegangen. Ja, und dann geht's. Wir gehen jetzt auf die Bühne. Also wir spielen jetzt auf die Bühne. Und dann geht's. Wir spielen jetzt auch die Bühne. Und dann geht's. Dann geht's. Wir spielen jetzt, die Gedanken sind frei. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei, wie nächtliche Schatten. Kein Mensch, kein Gewissen, kein Jäger erschießen, es bleibt dabei. Die Gedanken sind frei, ich denke, was ich will und was nicht beglücken. Doch alles anders fällt und wie es sich schickt. Mein Wunsch auch berühren, kann niemand gewöhnen. Es bleiben dabei, die Gedanken sind frei. Die Bandbreite in der Schweiz wird wirklich immer größer. Und jetzt, nachdem wir zwei junge Damen gehört haben, kommen jetzt zwei alte Herren.